Der Dorsten-Podcast. Die Woche. Präsentiert von Ihrer Vereinten Volksbank. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon spricht Sabrina Zupiol. Am 21. April wird es wieder die beliebte Dorstener Gala für das Ehrenamt geben. Mit einem attraktiven Bühnenprogramm ist diese Gala ein Dankeschön für alle Mitmenschen, die sich für die Gesellschaft und das Gemeinwohl einsetzen und zugleich ein würdiger Rahmen um einzelne Ehrenamtliche stellvertretend für die vielen engagierten Dorstnerinnen und Dorstner auszuzeichnen. Bürgermeister Tobias Stockhoff bittet die Bürgerinnen und Bürger ab sofort herzlich um Vorschläge, welche engagierten Menschen diese besondere Dorstner-Ehrung erhalten sollen. In NRW werden in diesem Jahr Laienrichter für Strafverfahren an Amts- und Landgerichten für die Jahre 2024 bis 2028 gewählt. Wer Interesse hatte, sich als Schöffe oder Jugendschöffe zu engagieren, kann sich die Bewerbungsunterladen auf dorsten.de unter Engagement und Soziales, Bürgerkommune, Schöffenwald 2023 herunterladen. Der Edeka-Markt an der Seikenkapelle 23 auf der Hart bekommt eine neue Leitung. Ende Februar übergibt Udo Weierstahl den Standort an Familie Honsel. Die Aktion Klimabäume vom Regionalverband Ruhr geht mit vielen Neuerungen in die nächste Runde. Das neue Ziel – 100 Streuobstwiesen für die Metropole Ruhr. Doch nicht irgendwo, sondern auf den Flächen von Vereinen, Stiftungen, Kinderheimen, Schulen, Kindergärten und vielen weiteren öffentlichen und gemeinnützigen Trägern im Kinder- und Jugendbereich. Bewerbungen können bis zum 28. Februar unter klimabäume.ruhr eingereicht werden. Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Dorsten holt die Weihnachtsbäume im Stadtgebiet an folgenden Abholterminen bei den Haushalten ab. Los geht es am Montag, den 9. Januar, in Altwulfendeuten-Feldmark, hier nur der Montagsbezirk, im Stadtsfeld und Altendorf-Ulfkotte. Weiter geht's am Dienstag, den 10. Januar, in Holsterhausen und im Marienviertel. Am Mittwoch, den 11. Januar, radet Lemberg und Barkenberg innen. Donnerstag, den 12. Januar, in Herwest, außer das Marienviertel und Barkenberg außen. Zum Schluss am Freitag, den 13. Januar, auf der Hardt in Österreich, Altstadt, Feldmark und hier in Feldmark nur der Freitagsbezirk. We are back, heißt es für die Mädels vom Frauenkarneval St. Johannes. Zum 46. Mal werden sie ganz traditionell im Saal Maastimpert auf der Bühne stehen. Für die drei karnevalistischen Veranstaltungen am 8., 10. und 11. Februar können sie sich am Sonntag, den 8. Januar, von 11 bis 13 Uhr im Saal Maastimpert an der Bochumer Straße 162 ihre Karten sichern. Dorsten Online. Die Woche. Der Dorsten-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Ihrer Vereinten Volksbank.